Hier ist noch Kohle. Kohle auch mit mir. Hier ist wieder Gravel, Gravel. Hier ist nix mehr. Sackgasse. Ähm, da müssen wir ja theoretisch. Sackgasse. In den Dungeon. Ja. Wenn ihr nicht allzu viel zu tun habt, könnt ihr mal zu uns stoßen, damit wir nicht die ganze Zeit auf die Fresse kriegen, weil die Spinnen töten uns quasi instant. Instant kill. Bam! So, ein Feuerball, Junge. Ja, das ist echt gewaltig, Feuerball. Ja, haut mal eure Cordis raus, weil dann buddeln wir hier Tunnel. Buddeln einfach keinen Tunnel. Geht zu unser Baumhaus und geht da rechts rein. Fertig. Minus 206. Nein, sag mal Cordis. Minus 200 plus 350. Gut, minus 200 haben wir auch. 350. So, ich sag nicht so weit weg. Alter, ich komm gar nicht zu diesem Scheiß-Abfuckers-Gerät. Ich hab Bogen, eigentlich. Ja. Ich hab Bogen, aber keine Pfeile. Hinterher geht's weiter, dann musst du uns fragen. So. Das war jetzt sehr schlau von dir. Oh fuck, Alter, hier sind wieder diese Schöne. Leck mich am Arsch, Giftspinnen. Bin komplett durchfühlt. Okay, Mann, Minecraft reißt gerade wieder. Jetzt ist es weg. Gerade geh mal weg. Ich lösche mal. Optimal. Hast du Fuckeln dabei? Danke. Klar. Mach mal Licht. Hast du keine mehr? Doch, hab ich Burger beim Abbauen. Hab ich keine Lust welche zu setzen. Oh, ist meine Tasche voll was denn und kommt diesmal raus. Schmeiß was rüber. Lumpa. War ich so in die Richtung hier buddeln, also war das ziemlich sinnlos. Das ist arm, ich nehm noch keine Samen mit, what the fuck. Schmeiß was raus, was am wenigsten Wert ist. Ja, wo bleibt der? Ja, wir brauchen echt hier help. Ja, wir wurden ja gar nicht. Wir brauchen aber einen Eimer. Plumpa. Ja, ich steh über dir. Warte. Hier sind Pilze und so weiter, ne? Ja, komm. Jo. Lol, das hab ich gerade erst gesehen. Geh mal weg. Ja. Bala. Hier über uns ist auch Wasser, ne? Ja. Ja. Dafür brauchst du den Eimer. Ja. Hey, ne Wasserrutsche ist schon ziemlich witzig. Du stehst im Weg. Danke. Wir sind über nem See, ne? Ja, ja. Die kommen von unten. Da ist Lava. Wollt aufpassen. Ja, da ist echt. Auch für Elf ist Lava. Ja. Und das gar nicht zu knapp, Tommy. Echt? Wir brudeln genau auf Höhe Elf. Scheiße. Auf Höhe Elf ist nur in Ordnung. Also wenn du auf Höhe Elf stehst. Ja. Steh ich. Direkt da drüber ist aber Lava. Da drunter. Da drüber auch. Jetzt hör doch mal mit der Wasserrutsche auf. Aber Wasserrutsche ist schön. Alter. Oh, Creeper, man. Das sieht nach Gold aus, da will ich drüber. Licht. Alter, kratz hier nicht ab. Ach, Quatsch. Oh, hier ist ne Höhle. Willst du erforschen gehen? Oh, wieder morgens. Also komm mal ran. Bin aufm Weg. Fuck, leck mich, Creeper. Komm her. Da oben sind Endermann. Ich weiß. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Manche Zombies haben hier Michael Jackson Skin bei mir. Oh, Turiana. Wo hängst du rum? Du wirst auch noch verrecken. Ich? Ich bin grad hinten Gold am holen. Ach das Deck. Oh, dann Slimeball. Ich will hinter mir irgendwas verrecken. Oh, du hast ein Level abgekriegt. Ich bin im Lavasee da gefolgt. Ich bin bei 257, 37. Eis einbaut. Da ist Kohle, Eisen, Redstone. Zombies. Typischer Standard eben. Ich lauf hier grad lang und guck, ob hier Diamant irgendwo am Ende des Tunnels... Alter, hier ist sogar noch im Tunnel im Tunnel. Geil. Und noch mehr Tunnel. Und noch mehr Redstone. Haben wir Redstone nicht langsamer genug? Ähm, ja, ich hab auch noch Mega-Tunnel. Ich sag das nur, weil ich zwei Sechs dabei hab, deswegen. Tonnen. Und wir haben auch noch, glaub ich, massenweise davon zu Hause, also... Nur wegen dem Farmen hier unten bin ich schon wieder fast Stufe 10. Ich bin Stufe 13. 22. Lass zum... Ach, du stirbst eh gleich wieder. Ja. Du bist kein Konkurrent, du stirbst eh gleich wieder. Richtig. Volt. Gesund. Bio. Abfall. Ja. Ruckter Mumbo. Lumba, weißt dich hinter mir ab? Hä? Hier, das ganze Gesäff hier, was hier rumliegt. Bau das mal mit ab. Äh. Ja. Hast du ne Schaufel? Warte. Ja, du kannst noch ungefähr einmal hauen. Ja, mach mal. Einen Dirt kannst du noch abbauen. Dann mach ich. Dann... Dann Sensen. Das da war's da. Schluss. Ist nicht jemand. Ihr habt die Schaufel nicht. War doch da. Nefbüsse. Einmal. Ja, hab ich nicht mehr gewonnen. 273 38. Was? Soweit? Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo lange du noch bist. Ach. Dem Lavasee lang. Wo ist denn hier ein Lavasee? Ich hab alle schon zugeschüttet. Geht einfach weiter, weil da raus leuchtet's. Eisen, Eisen, Eisen. Was denn? Was denn? Was denn? What the fuck? Ja, Freunde. Wir sind jetzt gleich auf minus 200 und 300 und die hier ist nichts. Äh, sag mal genau deine Koordinaten. Ja, minus 300. Ja. 11. Da, wo du aufgehört hast, das Zeug fließen zu lassen. Oh. Was? Also, ich bin jetzt minus 180, 350. Das sieht nice nach Diamanten State aus. Also, weiter buddeln. Diamanten, 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 ich hab euch gesehen. Uh, und das nicht zu knapp. Und das nicht zu knapp. Wobei, das ist kein Diamant, was ist das? What the fuck? Das ist kein Diamant, was ist das? Ich hoffe, ich hab Emeralds gefunden. Oh, Tio Gold. Lauf weg. No. Ach, das ist toll. Das sah farblich aber echt nicht nach Gold aus. Aber du Frosten. Was ist das? Fuck. 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 Ich bin Lava gefallen. Fuck. Der hat es aber nicht. Rutschen. Ouchie, ich bin Lava gefallen. Doch, ich bin tot. Ja. Ja. Das kommt davon, wenn man alleine rumrennt. Ähm, meinst du, man kriegt dann Sachen noch oder sind sie weg komplett? Ich bin nicht da durch. Ich war schon außerhalb der Lava. Die hat mich aber auf dem Schwierigkeitsgrad bis zu Tode gekillt. Dann sollte man dich eigentlich wiederfinden. Alter. Wir können... Wir können... Ich bin so gut wie tot. Ey, wir können nicht mehr aus unserem Baumhaus uns verpissen wegen der scheiß Spinne da. Da hast du nur eine Spitzhacke gelascht. Ich hab nur... Boah, geht mir aus dem Weg. Ohne Scheiß. Ja. Wenn... Wenn irgendwer von euch stirbt, kommt ihr übrigens nicht mehr zurück. Kraftentable habe ich hier. Ah, toll. Hab ich auch schon. Ja, dann weg damit. Wieso kommt man nicht mehr zurück? Weil die Spinne... Am Ausgang... Beziehungsweise in unserem Baumhaus klebt. Oh Gott. Fuck. Kommt ihr eine zu bauen? Feuer berühren, bist du übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad mit Eisenlustung direkt tot. Hast du das? Äh... Ich hol mir meine Sachen. Warte mal, da drüben läuft einer rum von uns. Das bin ich. Ich hol meine Sachen. Ich bin abgekratzt. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ich lauf in der Höhle rum. Warte mal, Neff. Hier wurde mein Spitzhacke. Ich bin auch wieder in der Höhle, sonst bin ich wieder im Menschen. Tja, ich hab dich gefunden. Lass mal das Zeug da liegen, ich hol mir das jetzt eh. Hä? Ich bin schon da. Oh, eine Eisenspitzhacke natürlich. Hier ist noch ein Netz-Dombikose. Ich wurde grad sowieso nur Stein. Ja, dann haste Eisen, sonst bauen wir einen Ofen und verfolgen. Ja, da ist mein Zeug, da liegt's alles. Boah, ich baue mir jetzt ein Diamantenschwert. Hast du, wie viele Diamanten hast denn hier unten gefunden? Hier. Alter, das ist Link. Der sieht bei mir aus wie Link. Mein Schwert ist übrigens vielleicht auch ein Spion. Vielleicht auch ein Spion. Ich hab kein Schwert mehr. Solester Gold. Ich hab ein Schwert, glaube ich. Weil ich keine Hacker, du Vogel, hör doch. Ja, warum mir auch ein, das wäre optimal. Ja, dann war Duma. Wurde Duma mit Steinpick-Eckes weiter und ich hab noch ein bisschen Eisenspitzhacke über. Du hast beide, sollte mir die nicht verzaubern. Dann mach deine Minecraft stört. Oh ja, wir sind in irgendeinem Gang. Die sollten mir verzaubern, oder nicht? Ja, ich warte noch bis LAP 30 bin. Ich hab gar kein Level mehr, was meine Pegel klaut. Hab ich nicht. Ah, ich brenne. Stellt da keinen. Äh, wo seid ihr grad an? Wo ich euch? Wir sind in irgendeinem Gang jetzt gelandet. Ich weiß, wo die sind. Drei bis vier hoch. Den hab ich gebuddelt. Die sind bei uns am Ausgang. Ja, ich komm. Ja, ich seh euch. Kake, Giftspinne, Giftspinne, Giftspinne. Wo rennst du denn? Renn doch nicht weg, keine Angst. Ich hab mich gar nicht bewegt, die sind hier, bei uns. Nein, ich hab mit Umpa. Der Säcke laufen bei mir. Du hast die Nahrung von uns, ne? Ich hab fast gar keine Nahrung. Doch, ja. Ich hab noch ein paar Kartoffeln mitgebracht. Willst du noch ein paar Kartoffeln haben? Ich hab auch Kartoffeln dabei. Hm, Töffeln. Ich baue jetzt Ofen. Ich höre spinnen von der Ode. Ich vergänze mich. Ich stirb. Hier. Danke. Freunde? Hier, Ofen. Wo hängst du denn Romm jetzt schon wieder, Kid? Fuck mal ein ganzes Eisen hier rein. Hey, ich hab dich gefunden. Fuck mal ein ganzes Eisen hier rein. Fuck mal ein ganzes Eisen hier rein. Lupa, Lupa sind wir am Verrecken und ich höre ganz viele Spinnen. Creeper. Und dann. Wuch, 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 wuch. Wuch, wuch, wuch. Leck. Ja. Ja. Ich klebe ihn auf. Wo ab. Gut, dass du mich vorgewandt hast, das wäre ich schon wieder tot. Ah, da ist Kid. Hallo. Alter, wie viel Eisen hier ist. Alter, was lasst ihr hier oben? Gold kleben, ihr Vollpfosten. Wir sind gerade erst angekommen. Ja, richtig. Weil hier laufen wir eigentlich ungern rum, wo wir jetzt sind. Hast du dein Eisen hier in die Truhe gepackt, äh, in den Ofen gepackt? Da war's für ein riesen Lavasee, ey. Oh, ich wurde abgeschossen. Skelett is down. Passt übrigens auf, wir sind nur Giftspenden unterwegs. Echt uncool. Hat der ein Diaschwert, der Sack. Ja. Na klar, hab ich mir gerade auch, ich hab auch eins. Packt euer Eisen bitte hier rein. Wenn ihr's habt. Dann baue ich mir auch mal eben eins. Ach das. Das bringt's wirklich. Ja. Weil die sind auch auf dem Spiechkeitscard super stabil. Stellt euch mich, wenn ich hier mal eine Kiste hinstelle, oder? Giftspinne, Giftspinne. Nö, stell mich nicht. Ja, die Kiste ist schlecht. Die ist Two-Hit mit Diamantschwert. Ah, find ich gut. Ja. Kiste ist echt schlecht. Bau dir gleich mal Rüstung voll, Evil. Oh, doch kein Gravel und so'n Schund. Was schießt mit dir? Hab ich noch an. Ah, ich brauch Kopf. Und Beine. Skelett. Ich fliegt schon wieder irgendwelche Pfeile lang, ne? Ja. Ich bin dabei. Ich hör doch schon wieder die ganze Kacke hier rum. Oh, ich leck schon wieder so rum. Ich kann mein Minecraft kackt jetzt gleich wieder ab. Bei mir hat's aber auch kein Überskelett. Ja. Ja, wenn das so leck, kann ich ja nicht über ein Lavasee spazieren. Nein, das wäre echt unbünstig. Also mach es. Es kann aber nimmer da raus, so was drin ist. Ich hab jetzt keinen Platz mehr. Ja. Mach ich. Mach du creepers. Ich hab gerade so geleckt, dass ich das nicht mehr sammeln kann, das Zeug. Alter, Creepers direkt neben meiner Fresse explodiert. Sehr schön, wie wir endlich mal. Wie wir jetzt... Die ganzen Saale, die Geile. Das sieht richtig geil aus, weil wir alle vier mit Eisenrüstung hier rumstehen. Ich brauch' ich will Diamantrüstung, Alter. Ja. Das wär' ich optimal. Diese Lava-Seen geht mir noch auf die Nerven. Ich creep jetzt, ich mein's alles, ja. Mach das mal hier in die Richtung, denn es ist sogar noch Eisen, vielleicht sogar noch mehr. Da hinten, ich will die Cola abbauen. Und das Rettstrohn. Ja, und das auch. Lumpen, hier! Was denn? Hinter dir, mach mal hier links. Ja, okay, Evil hat schon. Okay. Ich hab' keinen Schleim. Ah, du hessische Sch... Kack, total. Hier kann... Hier wird man hochkommen. Oh, das ist auch nicht... Hier wird man, ähm... Alter! Nadia! Habt ihr Diamanten gefunden? Ja, ich.